Grüß Gott, hier spricht Stefan Jadel im Auftrag von Moosloch-Nippau. Wir befinden uns auf dem vollen Schiff in Fuß und gerade eben hat der Umzug seinen Ende geputzt. Die Leute schiebt Römen direkt ins Festzelt herein und die Stimmung kann steigen. Die Leute schiebt die Stimmung. Nein, noch hüpfen, noch für die nächste Kürze. Grüßes, Kino! Lukas, gerne! Wir haben hier vom Becker noch nicht gemacht. Seht ihr gar nicht? Oder vorne rein? Soll ich weh vorne? Hallo! 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 Untertitelung des ZDF, 2020